Pavo, ich kann dir auch so ein Magna-Gerät bauen. Kannst du machen, ja. Aber ansonsten habe ich jetzt gleich einen besseren Winkel, muss man aufpassen. Warte mal, ich habe noch die Verhinderung da. Alarm! Alarm! Oh, ich werde doch nicht gefallt. Guck mal, mein Gunner-Trench funktioniert. Ich bin so stolz. So, jetzt einmal richtig Team-Play, okay, Jungs? Nein! Ich kann jetzt gleich die Haui schießen. Ja, dann mach auch mal. Ich glaube, der Winkel ist jetzt wieder schlecht. Oder er schießt einmal die offenen Gunner um. Ohne eine Idee. Wir sind gar nicht so viele offene Gunner. Probier mal zu schießen, den Haui. Ja, mach halt. Oh mein Gott, wie? Ja, war die einfach nicht beliebt und ich schon, Alter. Wie kann das denn? Guck mal da! Weil wir lieben, Junge. Du raffst es halt. Weil du das Spiel nicht verstehst, Finn. Das Spiel ist zu 80% Herz, Junge. Wo ist der zweite Plasma? Warte mal, du hast recht, ich kann auch mal schießen. Oh Gott! Ja! Dann wird er tot gesnipet. Okay. Jetzt einfach zu 80% Herz. Das Spiel ist einfach nur Herz, Junge. Und das raff ich nicht, Junge. Und das raff ich nicht, Junge. Das ist ja geisteskrank. Stell dir mal vor, die hat nicht rausgeholt, ey. Okay. Ihr seid übermacht. Ab jetzt schlägt euch niemand mehr, glaube ich. Das ist Kacke, Alter. Mann, ey. Ich bin so unbereit für die FPL. Ich also, ich... Echt? Ja, hast du das gerade nicht mitbekommen? Waren wir im selben Game? Also, bei mir lief es eigentlich ganz gut. Das hat sich auch mal ein bisschen anders angehört vorhin. Ja, ich finde es auch ein Hater. Das darf man ja nicht vergessen. Echt? Die kann da mit Trench nach oben. Gegen die Mörser oder so. Keine Ahnung. Mörser-Nukes. Ich dachte mir, der wird das Portal oben hin machen, aber... ... ... ...